Das ist, du sollst da nicht rumtrommeln, wobei trommelst du unseren Siegenszug an. Mein World führt. Wie führen wir denn? 2-1. 2-1 gegen Wow. Herr Kammerls und Frau Senkball kriegen böse auf die Klöten, so wie sich das gehört. Schließlich lässt sich Mein World nicht lumpen. Nachdem du uns sehr gut in Führung gezapft hast, wollen wir natürlich schauen, wie es weitergeht. Und das seht ihr jetzt im finalen Teil der wahnsinnigen Trilogie von Tolkien, Bolkin, die Ball im Pianen. Was? Und ich muss dir sagen, es tut mir sehr, sehr leid. Mir auch. Gib mir deine Hand, Süße. Gerne. Au! Es tut mir auch leid. Aber ich habe gewonnen! Du weißt, der Gewinner kriegt die Frau des anderen. Du bekommst Susi, ich bekomme Philistine. Das war eine schöne Zeit. Du, der Nacka, bei mir. Jetzt kommt wieder eine Disziplin, bei der ich nur durch meine Brüste überzeugen kann. Wir werden die Bierdeckel hochwerfen und werden sie dann auffahren. Wir fangen mit allem an und steigern uns dann und jeder fliegt raus, der es nicht mehr schafft. Das berühmte Bierfrützel-Flippen. Bierfrützel-Flippen. Du fängst an. Du fängst mit deiner Brüste. Achtung, der Meister fängt an. Meister, eins. Ne, du bist ran. Ne, du bist ran. Du bist ran. Du bist ran. Du bist ran. Uhe, Frau, Frau, Mann. Wand, Frau, Frau, Mann. Ruhe. Wissen Sie, wie in Ruhe leuchtet? Ich konnte noch nie... Ey, mach einfach! Alles lang, Susi? Fertig. Hat sich gar nicht gesinnt, du selber. Nein, wir haben es woanders hingeguckt. Okay, zählt. Dann wollen wir mal nicht so sein. So, zwei. Oh, du bist so gut, Flo. Wir machen den Ratt auf. Wir müssen ja mal ein bisschen... Raus! Stink! Na komm! Vielleicht hat er auch mal ein sehr ruhiges... Kennst du Kopftisch? Ich hab die dritte für dich. Felix! Das ist die Glückste. Die wird als Sandwich genommen. Ein, zwei, drei, vier, fünf. Aber das wird ja... Mann, der macht doch so souverän, der Wohler! Wann ja? Ihr müsst total anweilig, Jungs, wir müssen mit zehn machen. Mit zehn. Ja, wird auf zehn. Ja! Er muss nachlegen, er muss nachlegen, er muss nachlegen. Auch Felix wird es nicht schaffen. Jaaaa! Jaaaa! Also, wir haben uns jetzt ein Malzbeer geschnappt und kommen zu der Disziplin, die alles entscheidend ist. Wärts auf! Prost, Flo! Wärts auf! Wärts auf! Wärts auf! Auf! Nein! Schmuck! Oh! Er ist mitgegen! !? Nicht ablösen! Sie macht sie wieder voll! Susi, Susi! Noch einen. Es läuft ja. Phil, nimmst du ein bisschen Freude? Eine meiner zwei Schlocken das gemacht hat, was ich nach dem ganzen Weizen gemacht habe.